Wir studieren hier ökologische Agrarwissenschaft. Und wie der Name schon sagt, ist das Studium sehr wissenschaftlich ausgerichtet. Deswegen müssen wir erstmal die Grundlagen lernen. Wie zum Beispiel ... Oder auch ... Und natürlich ... Was ich besonders toll finde, ist, dass ich die Möglichkeit habe, in einer großen WG zu wohnen. Wir haben unseren Garten, können unser eigenes Gemüse anbauen. Sogar mein Pferd kann ich hier halten. Meine Mitwohnerin hat Schafe. Und sogar unsere Hühner finden hier den Platz. Hier kann ich so sein, wie ich will. Ich finde es hier bei uns an der Uni richtig cool, weil es so viele Projektmöglichkeiten gibt. Es kann sich einfach jeder was aussuchen, das wirklich zu einem passt. Und bei mir ist es draußen im Feld sein und sich dort einfach alles genau unter die Lupe zu nehmen. Wenn es mir in Witzenhausen zu klein ist, bin ich innerhalb einer halben Stunde in Göttingen oder Kassel. Die Exklusion des Auslands war richtig cool. Ja, das tut mir auch. Ich finde es cool, dass die Uni verschiedene Fundamentalkurse anbietet, wie zum Beispiel ökologische Bienenhaltung, Obstbaumschnitt oder Wildnispädagogik. Yoga, Akrobatik, Kontaktinfo, freier Tanz. Was will man mehr? Ich studiere sehr gerne in Witzenhausen, weil die Arbeitsgruppen alle sehr klein sind und wir gemeinsam Themen erarbeiten und wir immer sehr guten Kontakt mit Professoren haben. Es ist eine sehr familiäre Stimmung. Hier gibt es viele politisch aktive Gruppen, denen man sich anschließen kann, um etwas zu bewegen. Ja, also ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal als Student, da ist man ein bisschen knapp bei Kasse. Aber hier ist es gar kein Problem. Hier hat man vielfältige Möglichkeiten, seinen Vorstellungen und dem nachhaltigen, ökologischen Leben gerecht zu werden. Ja, zum Beispiel gibt es hier die Solawi und das Transition Town und die Eierden und Sonnsteladen. Wir diskutieren hier auch die Herausforderungen des Öko-Landbaus. Wir studieren? Das war mir zu theoretisch. Deswegen habe ich mich für das duale Studium entschieden. Los, Cloud. Fünf Minuten sind am Grün. Was mir an Witzenhausen gut gefällt, ist, wir haben einen ganz hohen Anteil sehr engagierte Studierende, die uns auch sehr viel zusammenbringen an unserem kleinen Standort, wo wir auch sehr viel interdisziplinär arbeiten müssen. Und wir haben einfach auch ganz viele Studierende mit Berufserfahrung und das bringt sehr viel Leben an den Standort und macht auch die Arbeit sehr praxisbezogen. Und gleichzeitig können wir doch sehr gut wissenschaftlich arbeiten. Uni ist aus, jetzt gehe ich in den Garten. Ohne den Club wäre ich nicht hier. Damit Politik und Kultur in Witzenhausen nicht zu kurz kommen, engagiere auch ich mich in unserem Club. Sssst! Es wird gemunkelt. Man hat spätestens im dritten Semester entweder ein Hund, Dreads oder ein Kind. Ich bin im sechsten Semester. Es geht auch ohne. Bewirb dich! Probier's aus! Wir studieren die Zukunft! Ich find's super hier! Juhu! Können wir doch mal Neues machen! Warte, jetzt ist nicht gut mit dem Finger! Ich habe zwei вечeren Weg hin! Ja, ich habe zwei keine Vallahi, Häuser geht. Ich habe zwei Dinge.